Ich sage herzlich willkommen, Mr. Rory O'Hara, der viele Jahre lang mein bestbezahlter Mitarbeiter gewesen ist. Ich sehe keine Märkte, ich sehe Risiko, Gewinne und Geld. Könnte sein, dass wir umziehen. Schon gut, schon gut. Was heißt das? Ich habe gedacht, es läuft gut. Hier ist für mich alles gelaufen. Das wäre unser vierter Umzug in zehn Jahren. Das ist Schnee von gestern. Aber finanziell läuft's, ja? Ja. Wirklich? Ja. Blick nach vorn, wir fangen neu an. Was sagt ihr das? Ist ja der Wahnsinn. Das ist perfekt, Al. Das ist das, wovon wir immer geträumt haben. Ist es das? Du bist peinlich. Und du anstrengend. Ich habe die Miete bezahlt. Ich habe Bens Schulgeld bezahlt. Hab dir ein Auto gekauft und ein Pferd. Und hab die Bauarbeiten für deinen Stall bezahlt. Du redest so'n Scheiß. Hier fühle ich mich wertgeschätzt. Ich fühle mich mächtig und ich fühle mich unbesiegbar. Du bist ein armer Schlucker, der vorgibt, reich zu sein. Wir haben hier keine Freunde, keine Familie. Wieso ist das so verdammt wichtig für dich? Weil ich das verdient habe. Und ich habe noch viel mehr verdient. Und ich habe auch kein Ei war für mich.